Ja, willkommen bei meinem Kanal. Heute geht es um Vending Machines und wie man Geld damit verdient. Ich befinde mich gerade in der Aufbaufase für mein Multimillionen-Business mit Verkaufsautomaten. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, abonnier den Kanal und schau in die Kommentare. Schreib einen Kommentar, damit wir gemeinsam den Weg gehen können und ihr seht, ob man wirklich Geld damit verdienen kann. Jetzt war ich gerade an einer Schule und habe versucht, da mal herauszufinden, was da für Automaten drinstehen, weil ich jetzt gerade beim Vorbeifahren vier Automaten schon aus der Scheibe rausblitzen gesehen habe. Und ja, dann bin ich rein in die Schule. Durch Glück war die Putzfrau da, die hat mir aufgemacht. Und jetzt konnte ich die E-Mail-Adresse fotografieren und schaue einfach mal, ob ich sozusagen da in Kontakt treten kann mit der Firma. Vielleicht können die mir sagen, wie das Ganze funktioniert. Natürlich werden die nicht so erfreut sein, wenn ich selber auch einen Automaten aufmache. Aber ganz ehrlich, es gibt auch immer zwei Dönerbuden nebeneinander. Warum sollte das nicht in einer Schule anders sein, dass man dort als Verkäufer auch noch einen Automaten aufstellen kann? Vielleicht andere Produkte aufstellt zu einer anderen Kondition. Natürlich habe ich jetzt die Scheibe fotografiert von den Produkten, die die bereits drinnen stehen haben. Und da sieht man die ganz altbekannten Sachen wie Twigs, Snickers, Snickers meine ich natürlich, Kinder Bueno und was weiß ich nicht was, Red Bull und all den ganzen anderen Krampf, den man halt so in sich reinstopft, wenn man Hunger hat. Und ja, meine Überlegung ist natürlich die, dass ich mit denen in Kontakt trete, die mir sagen, wie sie in die Schule gekommen sind, vielleicht ein paar Infos abziehe, vielleicht ein Interview mit denen führen kann und dann das Ganze sozusagen ein bisschen für euch kennzeichne und sage, wie das läuft und vielleicht haben wir einen Mehrwert daraus. Das wäre natürlich ideal. Und jetzt schauen wir einfach mal, was bei dem Ganzen rauskommt. Bleibt ja auf jeden Fall dran und abonniert den Kanal, damit ihr natürlich auch seht, was bei dem Ganzen für euch rauskommt, wie das Ganze funktioniert und ja, wir schauen einfach mal. Alles Liebe und ciao!